Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Motolok von meinem Kanal. Und ja, es ist ja schon lange wieder her, also wirklich sehr lange, dass ich einen normalen Motolok so gemacht habe, also einen Laber-Motolok. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe keine Handschuhe an und ich habe auch nur ein T-Shirt an, weil es ist heute scheiße heiß. Es sind im Schatten ungefähr 30 Grad, mit Sonne bestimmt so 33, 34. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich einen Motolok so auf die Art gemacht habe jetzt. Und ich denke mal, dieser Block hier wird auch... Wird auch zeitig online kommen, gehe ich mal so von aus einfach. Ich habe hier nur ein T-Shirt, dann ist natürlich jetzt sicherheitstechnisch, ja gut, sehr zu bedenken, muss ich sagen. Ja, aber ich fahre jetzt auch nur durch die Innenstadt. Also ich fahre jetzt nicht großartig auf Landstraße jetzt. So. Und wie ihr vielleicht hört, ja, meine neue Auspuffanlage ist ein wenig lauter als die alte. Ja, aber vielleicht hört ihr auch, dass ein paar Fehlzündungen auch tatsächlich zwischendurch mal kommen. Ist ganz geil mit der neuen Anlage, muss ich sagen, wirklich. Ja, und auch gerade jetzt, wo so durch Corona viel wieder gelockert wird, ist natürlich auch wieder mehr los. Es sind viel mehr Leute wieder so draußen. Es war echt chillig, so die letzten ein, zwei Monate so in der Stadt rumzufahren, weil es war halt einfach nichts los. Und ich muss euch sagen, mit der neuen Auspuffanlage so durch die Stadt zu fahren, macht auch richtig Bock. Also ich hoffe, man hört das auch. Manche würden jetzt sagen, ja, die ist jetzt nur laut, die hört sich gar nicht geil an. Ich finde, also bei mir ist es wirklich auch so, ich finde, auf Kamera hört sich die Anlage tatsächlich nur laut an, nicht vom Sound her so geil. Aber ich finde echt, wenn man die in echt hört, ist sie nicht nur laut, sondern finde ich auch, dass sie sich geil anhört. Ich habe mir jetzt auch geil hier den Stadtverkehr ausgesucht und die Uhrzeit. Ja, ich habe mir natürlich beste Zeit ausgesucht, um in der Stadt zu fahren und zwar schön die Zeit, wo viele auch nach Hause fahren. Ja, um mal ein bisschen Struktur hier in den Vlog reinzubringen, weil ich habe absolut heute kein Thema, worüber ich eigentlich reden kann, außer halt so Kleinigkeiten, weil ich wollte halt heute einfach mal wieder einen Vlog aufnehmen für euch, mal ein bisschen die Anlage zeigen, also den Sound von der Komplettanlage so durch die Innenstadt und halt einfach mal wieder so einen Motorlog, so wie früher, sozusagen aufzunehmen, wo ich auch ein bisschen was labere. Ihr wisst ja vielleicht aus meinen Videos, dass ich viel mit meiner Freundin zusammen fahre und wir haben uns abgesprochen, dass wir ziemlich Bock darauf hätten, eigentlich mal so ein Rideout zu machen. Also für alle, die nicht wissen, was ein Rideout ist, aber ich denke mal, die, die aus der Motorszene kommen, die wissen, was ein Rideout ist. Ein Rideout ist halt einfach, wo man sich trifft mit anderen Motorradfahrern und halt einfach sozusagen in einer großen Gruppe fährt. Muss nicht unbedingt eine Großgruppe sein, können auch drei Leute, vier Leute sein, was auch immer. Auf jeden Fall hätten wir Bock auf ein Rideout und ich habe es ja schon mal, glaube ich, in ein paar anderen Videos gesagt, oder ich meine zumindest gesagt zu haben, dass ich Bock hätte, mal mit Anna zusammenzufahren. Und deshalb könnt ihr mir jetzt mal gerne in die Kommentare unten schreiben, wenn ihr Bock habt und aus der Nähe von mir kommt, also wie gesagt, ich wohne in Hamm. Vielleicht kommt ja sogar jemand aus Hamm, der Bock hat. Also an alle Leute, die aus Hamm kommen und Bock haben oder aus der Umgebung von Hamm kommen und Bock haben, können mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer mit mir zusammen ein Rideout machen würde, also wer mit mir zusammenfahren würde, weil dann würden wir im Sommer, wenn das ganze Thema mit Corona nicht mehr so streng ist, würden wir jetzt so im Sommer irgendwann mal ein Rideout machen, dann würde ich einen Termin machen, könnt ihr mir gerne, wie gesagt, schreiben, wenn ihr Zeit habt. Und dann würde ich das so planen, dass wir mal mit mehreren Leuten ein Rideout machen, hätte ich richtig Bock drauf, werde ich auch wahrscheinlich ein Video darüber machen. Wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ja, wenn wir jetzt hier schon mal stehen, kann ich euch ja mal kurz einen Soundtest geben. Ich hoffe, das kommt, wie gesagt, auf dem Mikrofon so rüber, wenn wir jetzt ja am Ampel stehen. Einige von euch haben gesagt, die finden es ja auch geil, andere haben so gesagt, die finden es scheiße aus, hört sich kacke an. Wie gesagt, jedem das seine und hat ja natürlich jeder seine eigene Meinung. Ich finde, in echt, es hört sich sehr geil an. Und auch schöne Grüße an der Stelle an meine Community wieder, weil ich habe letztens gesehen, wir haben jetzt 800 Abos geknackt, endlich. Dankeschön auf jeden Fall an euch da draußen, dass ihr so fleißig meine Videos guckt. Und natürlich auch so fleißig abonniert. Ach ja, und falls ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit den hier mache bei mir, ich habe mir so eine Schutzfolie mal aufs Display gemacht, weil wie euch jeder andere, der eine Duke fährt, euch auch sagen wird, so jetzt habe ich, dass das Display scheiße schnell verkratzt ist. Ja, bei mir waren auch schon ein paar Kratzer drauf und das ist ja schon mein zweites Display, weil das erste war ja kaputt. Ich weiß nicht, ob ich es damals erklärt hatte, ich glaube schon in einem Video. Das ist jetzt das zweite Display und ich hatte einfach keinen Bock, dass da so tiefe Kratzer wieder drin sind. So habe ich mir jetzt hier mal so eine matte Schutzfolie drauf gemacht, finde ich, sieht ganz geil aus. Ah Leute, hört sich das nicht geil an? Nein, Spaß. Aber ich finde es halt einfach geiler, wenn man sich jetzt nicht unbedingt als 125er Motorrad so anhört wie ein Roller. Also das ist halt nicht ganz so geil, finde ich eigentlich. Nochmal kurz ein Soundtest. Guck mal. Ihr könnt mir auch auf Insta schreiben, habe ich auch schon gesehen, dass das viele gemacht haben. Oder wenn ihr halt Bock habt, so Rideout mitzumachen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen in dem Video. Lasst mir schon mal gerne ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn das Video euch natürlich gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr mir auch gerne ein Like da lassen. Aber ist, glaube ich, eher unwahrscheinlicher. Wie gesagt, wenn euch meine Videos generell gefallen, lasst mir auch gerne mal ein Abo da. Ich freue mich sehr, wenn meine Community wächst, dann kann man natürlich auch immer mehr machen. Und mit einer größeren Community haben wir natürlich auch größere Reichweite. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, gerne ein Abo. Kommentar für Feedback sowieso. Wenn ihr mir erzählen wollt, wie ich es fandet. Oder was ich verbessern könnte an meinen Videos. Beziehungsweise vielleicht an meinem Motorrad, was weiß nicht was. Wenn ihr Ideen habt, lasst es mir wissen. Ach ja, und wie gesagt, wenn ihr Bock habt zu fahren, auch gerne in die Kommentare. Damit würde ich sagen, Leute. Ich freue mich auf den Sommer. Auf die Videos, die kommen werden. Ich hoffe, wenn Rideout kommt. Gönnt euch nochmal diesen Sound. Einfach geil. Und damit würde ich sagen, Leute. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.